Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 11.01.2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1297 und ich gratuliere dem Dani zum heutigen Geburtstag, einer meiner News-Lieferanten hier im Geek Talk Daily Format, aber auch für den grossen Geek Talk. Die heutigen Themen Swissquote, Helium Wallet, MMS, Apple Maps, Apple Fitness, iPhone, 90 Millionen, Tigerbox, Sennheiser und YouTube Shorts. Und ja, auch ein Gruß an die liebe Sabine, die hat doch auch Geburtstag. Mein Gott, ihr habt einen geburtstagsstarken Monat unter den Hörenden. Ja, was gibt es an Neuigkeiten? Das Schweizer Portal oder die Plattform für die Börsengeschichten, für Aktientrading und ETFs kaufen und so weiter, Swissquote, die haben ihre Gebühren für die meisten Nutzer gesenkt. Denn vor allem für diejenigen, die eher weniger investieren, also nicht irgendwie so 1'000, 2'000, 10'000, 100'000 aufs Mal, sondern unter 2'000, die können je nach Börse, die sie ansteuern, deutlich sparen. Ausser ihr spart über die Börse Bern, da wird es deutlich teurer. Aber alles andere, wie zum Beispiel die deutschen Börsen, geht es von 25 auf 5 Währungseinheiten runter, auch so beim Nasdaq etc. Die genauen Details plus ein Promocode, wer das nutzen möchte oder mal ausprobieren möchte, ist in den Shownotes auf www.daily.geektalk.ch mit verlinkt. Und da auch verlinkt ist eine Anleitung, wie ihr, wenn ihr einen Helium-Miner habt, ihr die Wallet migrieren könnt. Nämlich die Helium-Geschichte, die Miner dahinter. Wer nicht weiss, um was das geht, geht mal in den Testbericht. Ich werde den, oder den findet ihr im Artikel verlinkt. Ja, die wechseln auf die Solana-Kryptowährung. Und deshalb muss man das Ganze, also die Helium-HNTs, die Kryptowährung von Helium, in eine eigene Wallet umziehen, aus der App raus. Und wie das genau funktioniert, das habe ich den Interessierten unter euch in der Anleitung zusammengetackert und im Blog online gebracht. Weiter geht es mit Neuigkeiten, die mir was damit anfangen können. Zumindest, wenn ihr Schweizer seid und bis jetzt immer nochmal ein MMS verschickt habt. Die Swisscom hat ja schon länger angekündigt, letzten Frühling, dass sie auf Anfang dieses Jahres mit diesem MMS-Zeugs aufhören werden. Das geht jetzt auch nicht mehr. Die Swisscom ist aber nicht allein. Nein, auch die Salt hat jetzt gesagt, wird nicht mehr genutzt, machen wir nicht mehr. Abschalten, fertig. Die einzigen, die noch zögern, sind die Sunrise. Mal schauen, wie lange das man da noch zögert. Ich muss jetzt meine MMS jeweils über mein Sunrise-Abo verschicken, anders gehen die nicht mehr raus. Und ja, ich möchte ja nicht zu WhatsApp, aber ich könnte ja auch bei Signal. Ach, lassen wir das Thema. Apple Maps hat eine neue Parkplatz-Funktion bekommen oder eine erweiterte Funktion. Leider aber noch nicht bei uns, erst in Kanada und in den USA. Dort kooperiert Apple mit Spot Hero zusammen, eine Plattform, worüber man eben nach Parkplätzen in der Stadt suchen kann. Und zwar kann man sagen, ich möchte Ladestationen haben für Elektroautos. Dazu, ich möchte überdachte Parkplätze haben. Oder Zugänglichkeit, sagen wir zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Die können auswählen, zeig mir nur rollstuhlfreundliche Parkplätze an. Und schon hat man das. Das Ganze soll aber anscheinend noch nicht ganz so sexy, wie man es von Apple kennt, umgesetzt worden sein auf der Karte. Das läuft noch über die Plattform von Spot Hero. Da hoffen wir doch, dass das Ganze ein bisschen nahtloser integriert wird. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple Fitness Plus. Für all diejenigen, die immer schon mal gesagt haben, ich würde gerne mal kickboxen, aber ja, da müsste ich nach draussen gehen und ein Fitnesscenter suchen oder irgendeinen Kampf schuppen. Nee, müsst ihr nicht mehr, denn das gibt es jetzt neu bei Apple Fitness Plus. Wunderbar. Ganz Körper, Kardiotraining, Meditationsthemen, Schlaf und alles Mögliche wird mit einberechnet und ihr könnt loslegen. Wenn das nicht eine tolle Geschichte ist, für mich ein bisschen zu viel Action, aber es gibt auch noch andere spannende Geschichten. Und preislich ist es auch nach wie vor, wie ich finde, sehr interessant. In Euro 99, in Schweizer Franken 12,90. Im Jahresabo machten das 79,99 in Euro und 99 Schweizer Franken. Oder man macht es wie ich und kauft das grosse Apple-Rundum-Sorglos-Paket. Apple One für, glaube ich, mittlerweile 4, nee, 37 ging es ja hoch im Monat. Und dann hat man all das mit den Spielen und so weiter drin. Und da komme ich nachher gleich nochmals zurück. Zuallererst aber zu etwas, weil ich gestern nicht aufgezeichnet habe, was gestern gewesen ist. Gestern war es nämlich 16 Jahre her. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Am 9. Januar 2007 hat Gott hab in Selig Steve Jobs uns das Gerät gezeigt, was ein Phone, nee, was hat er gesagt? Ein Browser, ein iPod und ein Phone ist. Ach, was war das für ein Moment. Wir haben alle lange darauf gewartet, die Gerüchte haben darauf gezielt und es hat gestummen. Apple hat ein Phone hervorgebracht und das hat die Welt revolutioniert. Ich habe erst vor kurzem eine Grafik gesehen, die gewachsen ist von den, glaube ich, 30er Jahren her, wo gezeigt wurden, wie viele Kameras verkauft wurden. Das ging so langsam hoch und dann kam diese Kamera, das und dann irgendwann mal in den 60er, 70er Jahren die Polaroid. Und dann kamen die grossen Kameras, die Spiegelreflexkameras und die Spiegelosen etc. Und ja, was soll ich sagen, das waren tolle Verkaufszahlen, irgendwie so 20 Millionen im Jahr. Und dann kam 2007 das iPhone und dann hat es irgendwie stand, die Story hat begonnen und dann ging es nur noch hoch. Das hat sich im 10-, 15-Fache von, was überhaupt irgendwann mal überhaupt an Kameras verkauft worden ist, hochgeschraubt. Es hat schon eindrücklich ausgeschaut, wenn man bedenkt, ja, diese Kameras, ja, ist halt so ein Nischen-Ding irgendwie. Und vor allem, wer schleppt das noch mit? Immer in der Masse gesprochen, bitte. Genau, ja, was das iPhone alles hervorgebracht hat, das wisst ihr ja mittlerweile. Apple hat neue Zahlen rausgehauen, 900 Millionen zahlende Servicekunden. Dazu gehört iCloud, Apple Arcade, Apple Music und eben alles Mögliche, was ich zum Beispiel vorhin schon aufgezählt habe, Apple Fitness. Was gibt es pro Monat oder nee, pro Woche sind 650 Millionen Besuchende aus 175 Regionen im App Store und suchen sich eine App oder laden was runter oder mehreres oder was auch immer. Gestartet im Jahre 2008, seither hat Apple 320 Millionen Dollar ausbezahlt. Apple Arcade hat im Jahre 2022 50 neue Titel mit oben drauf bekommen. Apple Music wächst ständig, Spatial Audio ist mit dazugekommen und die Hörerzahl, welche nach Spatial Audio Songs suchen und oder nutzen, steigen im Monat um 1000%. Auch das ist natürlich nicht schlecht. Ich nutze das sehr, sehr gerne. Shazam hat sein 20-Jähriges bestehen. Apple TV Plus hat riesengroße, coole Serien und Filme rausgebracht. Ich bin ja, wir wissen, grosser Fan davon. Die Sportgeschichten, die haben wir hier in Europa nicht wirklich. Ist auch nicht ganz mein Ding, aber wer weiss, vielleicht wenn es mal zu uns kommt, irgendwo, vielleicht packt es einem dann auch. Apple Fitness Plus, wie gesagt, hat neue Kickboxen mit drin und es kommt noch mehr. Apple Podcast, da kommt in nächster Zeit einiges und über die Apple Karten haben wir vorher schon gesprochen. Ja, auch Apple Pay, auch da 70 Länder sind weltweit mit dabei. Mehr als 10'000 Banken gehören zum Netzwerk und somit wird so ziemlich alles abgedeckt. Weiter geht es jetzt aber mit einem Gadget für eure Kleinen, also die Kinder unter euch, also eure Kinder wahrscheinlich eher. Ich glaube nicht, dass die Kinder das Ganze hier mithören. Es geht um die Tony Tiger Box. Die hat ein Update bekommen und da kommt was sehr Schlaues drauf. Wir haben nämlich drei verschiedene Tony Boxen. Jedes Kind hat eine. Muss nicht sein, weil die haben jetzt Profile drauf und da kann man oder können die Kinder ihren eigenen Kopf auswählen und dann schlussendlich Musik hören. Gut, dann gibt es immer Streit, also von dem her auch nicht ideal. Aber es wäre doch etwas, liebes Apple, für das iPad. Da könnte man auch mehrere Profile drauf machen. Wie wäre das? Sennheiser hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode schon, weil die haben an der CES neun Kopfhörer vorgestellt. Nicht nur einen, auch einen zweiten, der Sennheiser IE 200. Was ist das? Das ist ein Produkt für Audiophile. Die IE-Reihe habt ihr vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren schon mal mitbekommen. Das sind In-Ear-Kopfhörer mit Kabel, die halt eben im Bereich des Audiophilen gehen. Normalerweise sind die aus Aluminium gefertigt oder Stahl und haben da unglaublich tolle Technik mit drin. Der IE 200 ist ein bisschen runtergeschraubt. Die Möglichkeiten an Umfang und Sound ist ein bisschen zurückgeschraubt, weil halt auch von den Materialien, hier kommt Kunststoff zum Einsatz, aber auch ein Teil von der Umsetzung ist rausgefallen. Dafür kostet das Gerät nicht mehr 700, 800 Währungseinheiten oder noch teurer, was die grösseren Modelle kosten. Das Einstiegsmodell in die Welt der Audiophilie, oder möchte gern vielleicht auch Audiophilie, ich weiss nicht, habe ich es noch nicht selber testen können, beginnt ab irgendwie 150 Währungseinheiten. Na dann, dürfen wir mal gespannt sein, wie sich das Ganze anhört. Vielleicht kann ich das nächstes Mal testen und euch sagen. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu YouTube Shorts. Ihr kennt TikTok für, ich hätte fast gesagt Arme, TikTok für YouTube. Genau, da wird ab dem 1. Februar 2023 werden die Creator, welche die Dinger machen, mit Geld zugeschmissen. Und zwar gibt es jetzt Werbegeld. Das heisst aber auch, es kommt Werbung dazwischen. Wie das umgesetzt wird, wird sich noch zeigen müssen. Wir dürfen uns schon freuen und oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es auch ab nächster Woche circa, YouTube hat schon informiert, neue Bestimmungen und man muss sich neu fürs Partnerprogramm committen. Nicht, dass man rausfliegt, aber man muss sich neu dafür committen, weil es gibt ein paar Änderungen. Unter anderem eben wird auch die Shorts entlöhnt und dafür muss man sich bestimmt anmelden. Wer das nicht tut bis und mit 10. Juli und das verpasst, der hat Pech, weil der muss sich nochmal neu akkreditieren oder neu zulassen. Aktuell ist es nach wie vor bei 4000 Watchstunden innerhalb des letzten Jahres, also machbar. Was aber, wenn man das nicht hat, schwieriger wird, bei den Shorts zum Beispiel, da kann man, wenn man über 10 Millionen öffentliche Views hat über die letzten 90 Tage, schon mit reinkommen. Auf jeden Fall musst du aber 1000 Abonnenten haben und deshalb würde ich doch sagen, falls du nicht ganz abgeneigt bist, dass du ein bisschen Geld für die Werbung bekommst, wobei man immer sagen muss, ein bisschen Geld ist ja wirklich nicht viel, was Google da durchlaufen lässt. Ja, dann sollte man sich den neuen Regeln beugen. Mal schauen, was da noch kommt, was da gestrichen wird und oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen in den nächsten Tagen, wenn dann das Ganze rauskommen wird. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen fulminanten Start in diesem Mittwoch. Es ist ja noch richtig früh am Morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Happy Mining für all die Helium-Junkies da draussen, like me. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.